wenn ich gerückt halte sich deine perspektive es kann aber vorbeigelaufen glaube ich wo muss ich denn ich weiß nicht wo ich hält muss hier ist alles so verwickelt jetzt auch noch eine tür ja hier soll Töne drückt mir aufmachen. Okay, 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 okay. Okay, weiter. Aua. Habe ich noch einmal. Irgendwo war da Kraut. Wo war da Kraut? Oh, Kraut! Oh, Kraut! Oh, Kraut! Oh, Kraut! Oh, Kraut! Oh, Kraut! Ich habe Kraut gefunden. Ah, hier. Ich habe ihn. Ich habe ihn gegen die Wand getreten. Warte, wir kommen weg. Und wir ab. Gut, wie ihr wollt. Wir gehen jetzt. Ja. Ich habe ihn gemacht. Wir switchen. Zum Nachhinein. Und rein. Zu. Let's go! Nein. Das Ding zu. Ja. Nimm das Schwein. Ah! Nein! Ah! 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 Ich konnte dir doch nicht mal helfen. Na, nein! Ah! 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 nicht mal helfen irgendwie so v drücken oder irgendwie so ja ich hab das timing verkalkt ich musste noch rt drücken ich habe es verkackt mit dir ja danke er ist jetzt wohl dann nicht dass wir simmons verpassen ja aber trotzdem tippt bei der lustigste episode überhaupt so viel spaß ich gehe jetzt auch da war schon wieder nicht schon wie die zähne hat irgendwie schwieriger eine erinnerung glaube ich naja ich meine jetzt sind wir hier mit zwei menschen spieler und so und sonst nicht mit einem computer gesteuerten ich bin gespannt wie wie deine story wird chris ich sehe nämlich gerade hier seine aktion mit schleichen und treffern zombies schießen sie auf einen explosiven gegenstand der von einem zombie getragen wird das kann ihnen wertvolle munition sparen ein erfolgreicher angriff gegen den kopf und das geht mit diesen der art benommen machen dass sie einen wurf angriff ausführen können erst schießen sie auf den kopf und dann nehmen sie den kopf und werfen die ihn jetzt kommt also nicht schlecht glaube ich jetzt schnauert neues angezogen verfolgen sie aber da wo ich sie ach da war sie doch ich war ganz ruhig und ganz ruhig leer und ganz ruhig bitte ich hier wir müssen es zum aufzug schaffen schnell oh okay aber da oben ist er schön dass sie vorbeischauen gefallen ihnen meine umbauarbeiten ich habe mich da drunter geduckt okay ich habe mich da drunter geduckt ich wurde getroffen da war nicht getötet okay ich glaube die folge richtung hey da wie geht's ich sehe dich hier ist es so fucking dunkel ich sehe einfach was gar nichts ja nein was war diese kamera fahrt gerade über episch genauso wie diese erinnert mich gerade so ein bisschen an resident evil 1 000 stehen kisten kisten doch war der selbe speichern aufgesammelt habe ja jetzt was ist das hier aber es gefällt mir nicht ja ich habe ein ungutes gefühl mal da auf der seite hey da hey da hey da hey da hey da hey da halt moment mal ja wir sind das nicht gewalt funktioniert nicht aktiviere verriegelung teste auf prototypen es was was ich frage sie sobald wir sie haben ich versuche ihnen das schluss aufzumachen aber es ist gut gesichert ich werde es weiterhaken aber versuchen sie es manuell zu umgehen ja ich habe ja das sicherheitssystem sie kümmern sich um unsere freunde auch aber wir haben das wir sind heute die reiten hat macht ja schon sicherheitsverstoß in raum sicherheitsverstoß in raum sicherheitsverstoß in raum sicherheitsverstoß ich habe mich zu für meinen ich glaube ich habe es alles klar verfolgen wir sie let's go körper noch ein körper hier wo wo noch mehr körper fähigkeitspunkt Fertigkeitspunkte, Fertigkeitspunkte, wow, 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 okay, hallo, da, oder, hier, hallo, hallo, oh, hier geht's runter, hey, hier, 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 Kontrollpunkt, yeah, geben Sie auf, Ader, es ist vorbei, Oh, wirklich der große, böse Soldat sonst erschießen? Stehenbleiben, stehenbleiben, Polizei, hat Spaß gemacht, ciao, Ader, 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 ich wusste es, sie ist Spider-Man, Boah, Ader, ihre Freundin spielt die Unnahbare, war sie immer so? Bleiben Sie dran! Boah, der Atmung. Aber ja! Da ist sie, halten Sie sie auf, ich hab sie! Hm? Warte, war das, war das Chris? War das? Das ist Chris Redfield! Wow! Ah! Wow! Der Crossover Chaos. Ja! Leon, Leon, es geht immer, es ist Chris Redfield! Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht, es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr hab ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen! Alles wegen Simmons! Sie arbeitet für Neo Umbrella, weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Und trotzdem schützt du diese Frau? Boah! Boah! Halt! Verdammt! Helena! Moment. Chris, warten! Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris! Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Länger an. Wir sind Jebel 1. Recht. Folgendes in der, hat er. Der SIMONS war. Das war wirklich. Das ist auf Treffen. Ich treffe ganz viel Gefühle woraus sei. Super gucken, kann ich ein Ende? Das ist die Hilfe. die stimmen die wir gerade gehört haben so ja die zusätzlichen stimmen über gehört haben wir heute ganz richtig ich schaue ich ja noch warum wir sind ja nicht von welcher alles sind hier da ist hier chris redfield dann hatten wir noch jake wesker sherry birkin und ps ich weiß seinen nachnamen nicht ich auch nicht das wäre wenn wir alles dann wahrscheinlich irgendwann in der chris kann man hier erfahren abläuft wenn wir ja mit gespielen christ wenn wir diese level ja wenn wir hier über hier vorbei bekommen irgendwann ja da kümmern wir uns später jetzt geht ja ein bisschen komisch ja also chris sagt dass er hinter allem steckt weil sie halt für nie um brille arbeitet und wir sagen es ist simmons könnten sie können es nicht auch einfach sein dass sich beide waren ist das nicht eine schöne aussicht 77 erstmal dieses riesige gebäude sieht heilungsmäßig habe ich jetzt wieder voll drauf ich habe neuen kräuter 9 tic tacs 3 also kann erstmal nichts passieren das kommt aber unerwartet perfekt das timing seien sie so nett und nehmen sie die beiden fest sie sagen sie stecken hinter dem terrorangriff stimmt das was laufen die herum und reiben es jedem unter die nase der zuhört antworten sie es dient dem schutz der vereinigten staaten und der globalen sicherheit wie soll die ermordung des präsidenten gut für das land sein der präsident ist ja dafür können wir uns bei leon bedanken fahren sie zu helle simmons beseitigt sie die beiden da können wir noch gebrauchen sie müssen vorsichtiger sein ok jetzt jetzt weiter werden sie es bis zur schaffen warum machen wir sie nicht kalt weil sie sich um sherry kümmern müssen das beenden ich habe wichtigeres zu tun werden sie beide jetzt tun die erledigen simmons hier sind informationen drauf wie man die c virus stoppen kann simmons will sie werden sie die männer draußen schafft ja eigentlich niemand niemanden zu treffen sie hat mich erwischt nicht schlecht los 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 hat der wird sich aber den zombie verwandeln ja wer hat lust auf ein bisschen zug action ja ganz eindeutig simmons und wir ganz doll wir wird sie zurück noch kann dazu von zweifeln kommen sie zurück ich habe keinen platz mehr ich habe keinen platz mehr ich habe zwei warte mal kurz jetzt auch hier nein das ist ein rotes kraut und ich kann es nicht mitnehmen warte mal moment ich schmeiße ich habe eine gebrannte granate weggeworfen weil ich tue mal hier so jetzt kann ich auch die munition mitnehmen jetzt hey oh hell yeah ich habe so viele mg munition gehabt ich auch ich muss bei ihm alle meine waffen nachladen ok alle meine waffen sind nachgeladen die funktionieren noch mal schön ich kann mich nicht alleine sehen ja ich lasse ich das ist doch nicht einfach sterben und alle anderen auf dem planeten geben sie auf simmons das spiel ist aus diese frau frei herumläuft welche frau wer weiß was sie noch vor hat ein anderes team sucht sie sie aber simmons sie gehören uns rache nehmen für den präsidenten ist es das was sie wollen sie nahe hätte er die wahrheit über racoom city veröffentlicht wären die usa weltweit isoliert und die globale ordnung zusammengebrochen ein desaster verhindern indem sie ein anderes verursachen egal wie viele dabei sterben jemand musste ihn stoppen ich hätte mein land und die welt ins chaos gestürzt dieses weib wie kann sie mir das antun vielleicht noch mal auf den schießen oder so oder Ja, ne? Dude, that's what the fuck! Ja, hier geht's aber nicht weiter. Moin. Wir müssen uns wahrscheinlich mal... ... natürlich noch. Lassen... ... helikopter über uns, der uns verfolgt. Solange wir noch können. Ja. Verdammt sein! Alle beide! Ich erledige sie mit Pilos! Wow! Äh, ich gehe mal. Ich gehe mal. Ja, ich gehe auch mal. Komm, wir gehen mal! Ja. Und ich sammle alles, was ich so auf dem Weg... ... verschlossen. Ja, natürlich. Da warte du. Ich habe einen Sprengersatz mit deinen Namen. Woja? 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 Dann helfen Sie mir! Ich glaube, ich komme da rauf! Äh, äh... Ja, er ist nicht so toll jetzt gerade. Leon, na los! Woja? Stop it! What are you doing? What are you doing? Ne, ne, wirst du nicht. Komm, wir gehen weiter. Wurde ich einfach mal machen müssen. Wurde ich einfach mal weg. Ja, tschuldigung. Ja, tschuldigung. ich habe keinen platz mehr für weitere munition verschlossen auch verschlossen von der runden egal nach oben gegangen das müssen wir jetzt machen und nicht jemand wir können ein bisschen auf und aufbauen ja weil hier geht es weiter ich kann dich rüber schicken ich komme ich bin hart ich bin auch drauf ja, ich hau es auf oh, irgendwie weg das hat gesehen so, dann Alter brennt besser weg kollege hast du gesehen wie ich es dem gegeben habe ja sicher jetzt ja genau ich glaube schon ich glaube ich habe keine ahnung was hier es ist jauh das macht die dinger ja kaputt 2... Uahhh! Der NMG-Fausse! Uahhh! Oh nein! Ah, noch links! Scheiße, da ist er drinne! Nein, ich schreit! Komm nicht! Oh! Ich muss denn diese Tasten-Kombination! Wuh! Was? Man hat dir der Zug denn gepannt! Uahhh! Was jetzt? Ja! Selber! Selber! Uah! Au! Ich glaube, wir sind tot! Scheiße! Ja, wir sind tot! Der Zug ist voll auf dich gelandet! Autsch! Ich hatte einfach keine Ahnung, was ich machen musste! Auf den Ballern, ne? Nehme ich an! Ja! Autsch! Ja! Autsch! Ja! Autsch! Ich hab keinen Platz mehr! Ich hab keinen Platz mehr! Ja! 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 die welt wird stabilität zurück gestärkt wenn du tot stand ein halb vom einbruch ja da wird mal abschneiden ja hast du mal wieder das ticket nicht bezahlt es tut mir leid wir sind im neuen land ich bin es noch nicht ich auch nicht was für einen mistag ist es vorbei keine ahnung wir haben getan was wir konnten gehen wir irgendjemanden stöhnen blöder ausflug nach china er stand ja gar nicht so ein reisemagazin die große mauer sehen ja guten tag es ist vorbei es ist vorbei wir haben ein problem begleiter wurden entführt es gibt noch ein kapitel entführt warum die daten die sie uns gegeben hat moment mal moment mal der schlüssel um den c virus zu stoppen es ist jake hannigan können sie prüfen ob sich bs a einheiten in der nähe des ölfeld befinden einen augenblick was ist das ok ich habe einen kris redfield dran ich stelle sie zum flugzeug durch kris redfield wir sind direkt bei tachi warum krisen sie mein das passiert jetzt oh mein ja 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 das war jetzt passiert jetzt ist jetzt ganz scheder infiziert super ich habe sagt ja könnte vielleicht sein ja ja wir haben es geschafft 16 besiegte feinde weil es 26 besiegte feinde hat er kommt im reich der bitte ja gut okay dann haben wir es ja geschafft aber dann würde ich sagen dann beenden wir mal diesen partner sehen wir uns beim nächsten mal wieder